Der Bräutigam sollte auch zeitgerecht kommen. Das heißt so drei bis sechs Monate vor der Hochzeit. Ja, bei uns ist es so, dass wir schauen, dass der Hochzeitsanzug zum Gleit passt. Natürlich sehen sie sie nicht vorher. Also die Braut ist bei uns in der Brautabteilung und die Herren sind ganz woanders. Ist aber eigentlich auch in den Filialen so. Also es ist nie so, dass der Bräutigam die Braut sieht, außer die wollen das. Die haben sich das gemeinsam ausgemacht.